Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 3 Titan Lords. Mir ist gerade noch was eingefallen, bevor wir hier abhauen. Wir sollten oder wir könnten auch mal zu den Eingeborenen kurz switchen, weil Alvarez meint ja, ihm wäre es egal, aus welchen Leuten die bemannten Schiffe bestehen. Jetzt könnte es sein, dass vielleicht auch sie hier, die Eingeborenen, uns helfen möchten. Auch wenn wir sie nur in die Stadt einladen, mal schauen, was der Häuptling dazu sagt, ob er überhaupt was sagt. Ja, und dann... Warum können nur Männerkrieger werden? Frauen kämpfen mindestens genauso tapfer. Vielleicht ändert sich ja ihre Meinung, wenn du den Häuptling verprügelst. Sehr witzig. Hi, kannst du das beibringen? Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Wo ist denn der Häuptling? Ist der noch am Pennen? Ich weiß bis heute nicht, wo er eigentlich schläft. Da ist er. Hallo. Lass uns die Zeremonie starten, ich will Voodoo-Pirat werden. Äh... Nein. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Ich glaube, da sind wir noch falsch hier. Ich glaube, das ist noch nicht ganz richtig. Vielleicht, wenn wir die Tochter endlich mal retten können. Äh, hier, ne? Im verbotenen Blabla-Dschungel-Bereich. Vielleicht, dass sich dann was ändert. Na gut, dann würde ich sagen... Hoppala. Das war ein Schuss in den Ofen. So ein Mitschwung. Und würde sagen, ich schaue mir noch mal die Quests dann an. Ich gehe mal auf meine Schaluppe. Ich hoffe, dass Patty uns begleitet. Wenn nicht, dann nehmen wir halt wieder Bones mit. Und passt schon, würde ich sagen. Es wäre halt echt cool, wenn sie trotzdem mitkäme. Wenigstens auf Antigur bleibt. Dass wir schon mal unsere Verbündeten dort sammeln können, ne? Na, Patty ist nicht hier. Okay. Macht nix. Dann wirst du mich begleiten. Komm mit. Klar. Ja, okay. Äh, warte. Zuerst die Quest nochmal durchlesen. Warte kurz. Ein großes Schiff. Äh, Allianz mit Inquisition. Abtrünnigen. Allianz mit den abtrünnigen Piraten. Morgen. Okay. Mit den Piraten. Ähm. Mein alt... Ah, da haben wir es eh schon. Allianz mit den Piraten. Mein altes Piratenschiff liegt nutzlos vor Kila herum. Ich muss es irgendwie schaffen, dass es an der großen Schlacht gegen die Schatten zum Einsatz kommt. Ich muss den Steuermann Jake auf dem Schiff davon erzeugen, mit mir und dem Piratenschiff gegen die Schatten in den Schlacht zu ziehen. Dazu will er einen Beweis meiner Stärke. Vermutlich muss ich mich in meinem Zustand einer starken Gemeinschaft anschließen. Ah, und den mächtigsten Zauberer der Eingeborenen auf meine Seite ziehen. Aha. Okay. Dann würde ich vorschlagen... Dann sind wir noch lange nicht so weit. Dann sind wir ja noch lange nicht so weit, weil ich möchte ja noch gerne... Wenn wir jetzt auf die Seekarte schauen... Ich verdrück mich jedes Mal. Ich will immer Rechtsklick machen, dann ist das da. Dann müssen wir ja noch schauen. Auf Kalador müssen wir noch schauen. Die Nebelinsel können wir machen. Und Taranis müssen wir wegen die Magier noch uns anschauen. Insel der Diebe können wir uns anschauen. Die Gnome, ne. Werden wir uns noch wissen. Werden wir uns noch daran erinnern. Antigua war man ja gerade. Also würde ich mal meinen, wir beginnen mit Kalador. Dann segeln wir mal dorthin. Machen wir die Quests fertig, ne. So weit wie möglich. Dann werden wir schauen, dass wir bei Tanaris weitermachen. Dann bin ich aber auch am überlegen, ob wir zuerst die Insel der Diebe und die Nebelinsel uns anschauen. Weil vielleicht gibt es hier auch noch versteckte Quests. Eisenbucht genannt. Dunkelkrieger. Ich muss gerade niesen. Einen Moment bitte. So. Das war gerade typisch. Jo. Nein, Geräte, gar keinen Sinn. In Steuern, in See stechen. Ich würde sagen, gehen wir Kalador an. Äh. Jo. Ja. Mach mal einfach mal und gut ist. Nochmal dort die Quests weiter. Ähm. Jo. Quest bedingt gibt es scheinbar auch hier dann ein großes Schiff, das wir anheuern können. Aber erst dann, wenn wir uns an der Gemeinschaft angeschlossen haben. Wie gesagt, ich würde schon gerne den Magier probieren. Es werden aber auch die Dämonenjäger cool, ehrlich gesagt. Weil es halt eine Special Edition ist hier von Risen 3, ne. Ganz ehrlich, wäre schon cool. Es wäre schon cool. Ich bin hin und her gelesen. Vor allem Dämonenjäger. Ich spiele ja, ich spiele schon seit einigen Jahren World of Warcraft, ne. Und seit Legion gibt es dort auch Dämonenjäger, ne. Und der Chef davon ist ja eine echt coole Sau, sag ich jetzt mal. Ein echt dufter Kerl. Und hat uns alle von den Socken gehauen und bla bla. Und ja, es wird schon cool. Die grünen Lichter auch noch dazu. Ach, dass er... Das, das... Das wäre halt schon cool. Da muss ich ein böser Junge sein, glaube ich. Nein, das... Das widerstrebt mir dann schon wieder. Auf jeden Fall nehmen wir Bones mit. Mit Gungel. Komm mit. Sicher. Bei Fuß. Und, ähm, dann quatschen wir noch eine Runde. Was... Also, komm mit nur. Okay. Und du? Bevor wir wieder wegsegeln, ich habe hier an Land noch etwas zu erledigen. Ah. Klar, das hier ist Kalador. Der Ort deiner Vorfahren. Ja, irgendwo auf diesem Stück Land hier steht mein Erbe. Ich will die Eisenbucht nach Spuren meines Ur-Ur-Urgroßonkels Randolf durchsuchen. Allerdings ist die Eisenbucht gefährlich. Ich könnte deine Hilfe dabei gebrauchen. Dann bitte, ich werde dir helfen, dein Erbe zu finden. Was genau ist dein Erbe hier in Kalador? Hier, tausche Seelenstab gegen Menschlichkeit. Na, ähm, das brauche ich mal zuerst, Menschlichkeit, damit er überhaupt mitkommen darf. Na, Spaß. Ich werde dir natürlich helfen, aber was ist denn dein Erbe? Was genau ist dein Erbe hier in Kalador? Ich weiß nicht, was nach so vielen Jahren noch übrig ist vom großen Geschlecht der von Drehl. Doch hat mein Vater mir oft von unseren Ländereien hier in der Eisenbucht erzählt. Ländereien? Wow. Das hört sich nach einer großen Sache an. Ja. Ich weiß, dass mein Erbe da ist. Und ich werde es finden. Na dann, gehen wir es an. Ich werde dir helfen, dein Erbe zu finden. Danke. Ich verspreche dir, es wird nicht zu deinem Schaden sein, wenn wir Erfolg haben. Schon gut. Verteile deine Beute besser erst, wenn du sie hast. Dann lass mich dir folgen hier in Kalador. Irgendwo weit im Südwesten der Eisenbucht werden wir mein Erbe finden. Ich werde es dir sagen, wenn wir in die Nähe kommen. Und das ist sehr nett. Und dann, kommt er jetzt automatisch mit oder muss ich ihn... Bei uns... Ich muss da bleiben. Wir sollten uns wieder trennen. Klar. Du musst leider hier bleiben. Also dann komm mit. Komm mit. Ja. So. Dann probieren wir es mal mit ihm, ne? Wenn er zu anstrengend ist, dann tausche ich wieder, ne? So. Hä? Wer bist denn du? Angus? Was suchst du hier? Ich rate dir, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Wieso sollte ich? Die Schatten kommen aus dem Boden. Von überall hört man Berichte von Toten. Die grünen Feuer brennen. Plötzlich tauchen diese verfluchten Dämonenjäger auf und beziehen die alte Zitadelle. Und du fragst wieso? Was hast du davon, wenn ich wieder gehe? Vermutlich genauso schlimm wie überall in der Südsee. Ähm... Me? Was hast du davon, wenn ich wieder gehe? Weniger Mäuler zu stopfen. Wir Fischer sind für den Großteil der Versorgung zuständig. Seit der Bedrohung durch die Schatten ist es schwer geworden, auf Kalador zu überleben. Der Krieg sollte selbst aus einem Fischer einen Mann machen. Dann bin ich wohl die Ausnahme. Diesen Angus, Angus, kennen wir glaube ich auch aus dem Zweier, ne? Also Risen 2. Der war damals ja auch Fischer, ne? Die hatten ja damals ein Problemchen hier irgendwo. Da mussten wir denen ihr helfen, kommt mir jetzt so vor. Ähm... Was genau machst du denn hier? Erzähl mir mal über die Bedrohung. Na, was machst du hier? Was genau machst du hier? Wenn ich nicht fische, rate ich allen Neuankömmlingen wieder von der Insel zu verschwinden. Aha, sehr nett. So wird das Problem natürlich irgendwann aus der Welt geschafft. Ich habe nicht vor, wieder zu verschwinden. Okay, wenn du das sagst. Ich habe nicht vor, zu verschwinden. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagen wirst. Dann lass mich dich wenigstens in unser Fischerdorf bringen. Nur damit du nicht über Kalador wanderst und den Schatten als Frühstück dienst. Das Angebot nehme ich sehr gerne an. Okay, Fischerdorf hört sich gut an. Gute Entscheidung. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich hinbringen soll. Alles klar. Erzähl mir mehr über die Bedrohung. Erzähl mir mehr über die Bedrohung. Was willst du wissen? Wie war das mit den Dämonenjägern? Wie war das mit den Dämonenjägern? Die meisten Neulinge schließen sich ihnen an. Es gibt nicht mehr viel, was du hier auf Kalador werden kannst. Dämonenjäger oder Totengräber? Naja, ich habe Leiche vergessen. Ah ja, natürlich. Wie konntest du nur? Was sagtest du über die grünen Feuer? Was sagtest du über die grünen Feuer? Mit den grünen Feuern sind auch die Dämonenjäger hier aufgetaucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Wieso nicht? Sie könnten euch vor den Schatten beschützen. Könnten sie, ja. Aber sie tun es nicht. Was? Alles, was sie tun, ist uns den Fisch wegzufressen. Hör auf, faule Säcke, das geht so nicht. Da müssen wir hin und denen mal zeigen, dass das so nicht geht. Erzähl mir mehr von den grünen Feuern. Erzähl mir mehr von den grünen Feuern. Plötzlich haben sie gebrannt. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie eine Art Ruf sein sollen. Aha. Aber wenn du wissen willst, wer sie entzündet hat, das weiß ich auch nicht. Macht nichts, werden wir schon herausfinden. Was ist mit der Zitadelle? Was ist mit der Zitadelle? Die Zitadelle ist eine riesige alte Ruine, in der sich die Dämonenjäger eingenistet haben. Aha. Ich rate dir nicht, dort hinzugehen. Der Weg ist sehr weit und gefährlich. Am besten, du verlässt die Insel wieder auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Ich will aber nicht. Ich will mir die Dämonenjäger anschauen, weil die hören sich gerade so interessant an, dass ich wirklich der Meinung bin, ich möchte das werden, statt Magier. Verstehst? Weil... Das ist cool. Verstehst? Ja, egal. Bring mich ins Fischerdorf, bitte. Bring mich ins Fischerdorf. Folge mir. Weil, weil, weil... Das ist halt eine neue Klasse, ne? Ähm, das ist eine Spezialität, sag ich jetzt mal, ne? Von Risen 3 und das wäre schon... Wir sind da. Sieh dich ruhig um. Aber viel wirst du hier nicht entdecken. Wenn du vorhast, tiefer in die Wildnis zu gehen, vergiss nicht, dich mit Proviant einzudecken. Ansonsten trainiere ich jeden Abend das Messerwerfen. Oh. Du kannst mich gern herausfordern, wenn du mich an der Scheibe trainieren siehst. Ja. Gerne. Dann hat die wieder einen Haufen zu lachen, weil ich nur mehr feile wie so ein armes Würstchen. Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Wir können doch nicht alles abgeben, was wir haben. Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen. Für so einen Kram habe ich keine Zeit. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Du kannst es ja mal bei den Höfen versuchen. Das ist doch alles scheiße. Vielleicht fange ich unterwegs einfach etwas anderes. Mach das. Wie gesagt, es tut mir leid. Wieder. Warte mal ganz kurz. Ich muss da jetzt mal speichern. Ähm, das ist ja schon wieder... Ah ja, die sind ja... Hallo. Ja. Der hat schwarze Zähne. Der muss tatsächlich eine schwarze Seele haben. Was? Ähm... Ist das dein Ernst? Schlechte Laune. Schlechte Laune. Schlechte Laune. Kennst du nicht dieses Gefühl? Alles geht den Bach runter und du fühlst dich lebendiger als je zuvor. Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. Respekt. Die Ansicht gefällt mir. Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Was machst du hier bei den Fischern? Kannst du mir was beibringen? Fangen wir wieder blöd an zu fragen. So oft und immer wieder. Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wirst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Wunderbar. Das sind immer so schöne... Das ist so richtig schwarzer Humor, ne? Dunkelschwarz eigentlich. Das sind ja rosige Aussichten. Er passt perfekt. Also, ich meine... Ich meine, jede Gemeinschaft braucht ein Kasperl, ne? Also, da ist ja unsere Figur optimal für die Dämonenjäger, ne? So ein bisschen Stimmung in die Bude zu bringen, oder? Rosige Aussichten, ja. Das sind ja rosige Aussichten. Willkommen in Kalador. Ruinen statt der Verzweifelten. Ehrlich gesagt, Urlaub machen würde ich woanders. Ich mag den Humor schon. Das ist... Also, für mich ist das Humor. Ich muss über sowas lachen. Ich habe eine schwarze Seele, glaube ich, selber auch. Ein bisschen... Also, er sagt es halt so trocken. Was soll ich denn machen? Urlaub machen würde ich woanders. Ich meine, da musst du schon wieder schmunzeln, oder? Was machst du hier bei den Fischern? Was machst du hier bei den Fischern? Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Na, zu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Also, ganz so böse und schwarz ist er jetzt nicht, oder? Sei Seele. Er redet schon ein bisschen normal noch. Noch. Kann ich... Er kann dir doch egal sein. Warum hilfst du ihnen nicht? Warum hilfst du ihnen nicht? Wir Dämonenjäger schlagen uns schon mit den Schatten und anderer übler Brut herum. Wir können einfach nicht überall sein. Ich bin auf Patrouille und muss auch bald wieder zurück. Für die Probleme der Fischer bleibt da wenig Zeit. So wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Später dann. Nein, ich habe noch was zu erledigen. Nein, ich habe noch was zu erledigen. Außer geht jetzt echt weg. Sag mir Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich bleib noch ein bisschen hier. Ja, gut. Falls du doch noch etwas Fisch auftreiben kannst, sag mir Bescheid. Ich kaufe dir rohen Fisch zu einem sehr guten Preis ab. Okay. Aber erst wenn ich wieder bei der Zitadelle bin. Ich habe mein Gold nicht dabei. Ist klar. Warte. Er hat sein Gold nicht dabei. Wollte er bei den Fischern Fisch kaufen. Was? Mit was wolltest du dann bezahlen? Eh mit nichts, ne? Das ist wieder so typisch. Lass uns zur Zitadelle gehen. Ist noch zu früh. Kannst du mir etwas beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Panzerknacker lernen. Kein Schloss ist vor deinen geschickten Fingern sicher. Dein Schlösserknacken, der dann steigert sich. Zehn pro Stufe. Meistertipp und Zähne ziehen. Uh, uh. Du kannst Monstern Zähne ziehen. Aber sofort. Bring mir bei, wie ich Zähne ziehen kann. Alles klar. Danke. Sofort. Unbedingt. Das ist gutes Geld für uns. Der Rest ist mir jetzt momentan eigentlich wurscht. Die beiden. Das können wir immer noch machen. Das mit den Zähnen ziehen war jetzt Gold wert. Da haben wir schon mal Rohnfisch. Ich habe jetzt einfach mal genommen, ohne zu fragen. Ich sollte aber vorher speichern, glaube ich. Hallo. Wohnt hier jemand? Tatsächlich. Angus wohnt hier. Ich sollte mich reinschleichen. Ist er schon wieder zu Bette gegangen? Ja. Ich hoffe, mich hat keiner gesehen. Also, der Hocker. Lol. So. Schön langsam. Geheimnis der alten Zertelle. Runenstein. Spruchrolle. Dämonenklinge erhalten. Aha. Das Geheimnis der Zertelle. Band 1. Aha. Okay, wir müssen viel lesen. Wir müssen viel lesen. Was haben wir hier noch drin? Fisch, Ruhm und Runenhaut. Gold wert 50. Verbrauchsgegenstand. Bäh. Fähigkeit. Runenmagie beeinflusst Schutz Aura. Dieser Runenstein macht deine Haut undurchdringbar und somit schwerer verletzbar. Aha. Und ein Kruch. So, jetzt haben wir alles weggenommen. Der Arme Teufel. So. Eine Bank hätten wir hier. Einen guten Schluck können wir mal trinken. Der ist sicher, durstig. Der Arme. So. Guter Schluck. Wir sind nicht verletzt. Aber einfach mal sowas trinken. Ich bin sowieso so eine Person. Ich bin immer, immer, immer zu faul zum Saufen. Echt. Ich muss mir immer mindestens einen Liter Trinken stehen haben, weil ich vergesse drauf zu trinken. Selbst wenn der Mund schon ganz trocken ist vom Quatsch, ich trinke nicht, du darfst gar nicht glauben. Dann muss ich schon kurz vorm Sterben sein. Also wirklich spüren, jetzt ist es kurz vor zwölf. Dann trinke ich mal was. Es ist aber nicht gesund. Und deshalb bin ich so froh. Meine Schwestern haben ein Problem erkannt und haben mir eine riesengroße Teetasse gekauft. Da geht wirklich ein Liter, also wirklich ein Liter geht da rein. Und den befülle ich je nachdem, welche Jahreszeit wir haben, mit Wasser, Saft oder Tee. Ungezuckert halt. So wenig Zucker wie möglich. Ich bin da sehr sparsam. Ich mag das auch gar nicht so süß. Und dann geht das schon. Dann hat man eine gute Erfrischung. Und man bringt sein nötiges Pensum an Flüssigkeit zusammen. Habe ich das richtig gesagt? Ich wollte dir mal was Schlaues sagen. Ah, der Fussel. Wer bist du? Kilian. Ah, servus. Pirat der Neuzeit. Käpt'n Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Ah. Da können wir mal Schätze suchen. Ein altes Schwede. Da brauchen wir 20 Parts. Mindestens. Ich denke immer, da ist noch was. So. Ich darf jetzt nur nicht kochen, weil ich bin dann verleitert, den gesamten rohen Fisch, den wir hier gefunden haben, zu verkochen. Dann habe ich wieder nichts. Nicht armer Tropf. Da haben wir noch einen. Ui, und ein Teleportersteinchen. Messer haben wir auch noch. Hier kommt zu Mama. Äh, Papa. Äh, ja. Ein Schlangenwurz. Noch mehr Fisch und Apfel. Und eine Schädelblüte. Ein Löffelchen. Was tut denn hier ein Löffel? Naja. Es wird schon seinen Sinn haben. Ich will mich nicht hinsetzen. Ich wollte eigentlich lediglich nur den Apfel haben. Löffel, Messer, Kuchen. Was soll das denn werden? Das wollte ich gerade auch nicht. Oh. Sind wir schon wieder? Moment. Mara? Da vorne steht Mara. WTF? Servus, Gnädigste. Oh, was ist es, dass es sich wagt, mich anzusprechen? Kriech wieder unter deinen Stein, Mensch. Du musst ja eine ganz wichtige Person gewesen sein. Ich bin ja gleich wieder weg. Mach nicht so einen Wind. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Ja, eigentlich schon. Mach nicht so einen Wind. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Glaubst du, ja? Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich das auf der Stelle erledigen. Also besser für dich, wenn du wieder verschwindest. Hey, ein Moment noch. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Na, ich hab nur geschlafen. Entschuldigung. Hab ich jetzt schon wieder was falsch gemacht? Ich hoffe nicht. Alter. Mara. Ich muss schon aufpassen, dass ich zu ihr nicht Azshara sage. Weil sie schaut unserer Azshara in World of Warcraft. Verdammt ihr nicht. So, eine Wutepuppe um der Trühe. Die machen wir natürlich auch auf. Aber leise bitte. Nicht, dass der Arme... Okay. Hä? Okay, das klappt so nicht, wie ich möchte. So, so und so. Jetzt aber. Entermesser, Kugelgold, Jadestein, Dämonenklinge. Die hab ich noch gar nicht vorgelesen, glaub ich, ne? Also, 50 Wert, Verbrauchsgegenstand, Fähigkeit, Rundermagie, beeinflusst, Wirkungsdauer. Dieser Rundstein verleiht dir übermenschliche Reflexe. Sehr schön. So, und draußen sind wir. Da haben wir wieder das Lagerfeuerchen. Das brauchen wir momentan nicht. So, und da geht's wieder raus, ne? Ah, da steht er ja. Neid. Hi. Achso. Das ist mein Fisch. Achso, das geht erst, wenn wir bei der Zertelle sind. Genau. Nicht so hastig, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. So, okay. Das zu dem. Die schlafen jetzt alle. Äh. Quest mal schauen. Ne. So. Also. Wir sind jetzt hier. Das können wir mal zumachen. Das können wir mal zumachen. Die Zertelle der Pirat... Äh, Dämonenjäger. Piratenjäger, genau. Antigua, Kila... Mehr ist nett. Nur das. Weh? Okay. Ich möchte aber gerne einen Teleporter finden. Ich hoffe nämlich, dass man hier wieder her kann, ehrlich gesagt. Das wäre nämlich sehr schön. Wenn es hier im Dorf sowas geben würde, ne? Boah. Ui. Ganz ehrlich gesagt. Darum wollte ich mich jetzt noch ein kleines bisserle umschauen. in der Hoffnung, dass ich das gewünschte Exemplar finde. Halt. Fisch. Was bist denn du für ein Viech? Warte mal. Ich speichere ganz kurz. Der Part ist eh gleich zu Ende. Ich will mal gucken, ob man das Viech überhaupt besiegen kann. Das ist eine Echse. Hallo. Das sind kein Ende mit den Biestern. Nein. Was ist das? Ah, jetzt kommen alle frei. Ist eh logisch. Au. 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 Du könntest mir ruhig helfen, Freund. Au. Au. Ah, das ist in der Quest. Okay. Ich sollte mal was trinken. Aber es geht gar nicht so schlecht. Au. Ich sagte, es geht gar nicht so schlecht. Au. Au. Okay, es geht bescheuert. Ich bin bescheuert. Bist du jetzt bald mal hin? Sehr gut. Der ist auch erledigt gleich. Gott sei Dank. Das haben wir mit den Zähnen. Okay, das war daneben, glaube ich. Alter. So, geht ja. Also. Zahn erhalten. Die geben nach wie vor nix. Wie schön. Der hat was. Einen Zahn. Sehr gut. So. Da will man sich hier einmal umschauen. Roher Fisch. Jawohl. In der Hoffnung, dass man hier einen Teleporter-Platz findet. Oh. Warte. Und dann sowas, ne? Hallo. So. Wo ist unser Freund? Daneben. Super. Ist ja erstaunlich. Ah, da haben wir Sand-Täufelchen. Ah. Kein Hammer. Was für ein schönes Reiz hier. Meeresflüchte. Rest. Muschel. Leuchtkugel. Das sind kein Ende mit den Biesten. Nein. Natürlich nicht. So. Zack. Knappe Sache. Aber na. Ist noch gut ausgegangen. Liegt da was? Na, das war nur sein... sein Licht. Leider gibt es hier... einen Bergkristall. Das wollte ich nicht mit Leider sagen. Äh, keine... Teleportationsgeschichte. Unterwasser. Also eine Wasserfallhöhle gibt es hier auch nicht. Hm. Das ist die Frage, ob ich hier... Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das! Ob ich hier den ganzen Strand jetzt absuchen soll. Ich meine, er wollte sowieso mit dem Strand, ne? Beginnen. Ich bin beeindruckt! Ja, freut mich. So, ähm. Ein bisschen Proviant noch essen. Da haben wir das nächste Opfer. Ui, ein richtiger Waran. Der ist nicht mehr niedrig. Der ist schon groß. Uh! So, geht schon. Kannst du dich raushauen. Mein Freund. Au. Sehr gut. Zähne, Rohrfisch und Zunge. Hm, schön. Bravo. Oh, ich hab die Muschel übersehen. So. Ich bin mir da jetzt auch ziemlich unschlüssig, ob das so schlau ist, hier weiterzugehen. Aber es gibt halt schönen Ruf, ne? Zack. 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 Au. Zack. 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 Au. Du darfst auch mal, mein Freund. Au. Zack. Zack. Ein Treffen ist ne Kunst schon eigentlich. Au. Das ist gar nicht so einfach, den zu treffen. Oh, vielleicht ist viel getrunken. Hoppala. Das wollte ich nicht. Ich hab einen Meister gefunden. Ja. Richtig. So schaut's aus. Hier rüben ist nix. Ich muss nur schauen, ob da ein Fisch irgendwo war. Na, nur Holz. Sonst ist hier nix, ne? Nein. Dann können wir darüber. Aber ich befürchte, dass es hier nix gibt zum Teleportieren. Wahrscheinlich hätte ich müssen auf die andere Seite gehen. Aber das passt eigentlich eh. Oh, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Ich wollte nur sagen, wir müssen mit Edward eh den Strand entlang laufen. und irgendwo soll ja sein Erbe sein, ne? Mal schauen, ob wir es finden. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Dann kriegen wir noch ordentlich Erfahrungspunkte und wird's schon werden, ne? Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.